Und nochmal herzlich willkommen hier aus dem Königpalast zum Budenzauber 2015. Neben mir steht jetzt auch einer der Helden, Matthias Herget. Budenzauber 2015, ähnliches Gefühl wie 1985? Doch, es kam schon sehr nah dran. Doch, muss ich sagen. Nein, es war schön. Wie gesagt, die Zuschauer haben uns auch herzlich empfangen und auch verabschiedet. Und von daher war es wirklich ein tolles Gefühl, auch mal wieder hier zu sein. Ja, und man merkt ja auch bei aller Rivalität, die zwischen Gladbach, Duisburg und Köln, das ist einfach eine Riesenparty. Ist ja auch schön als Fußballer, das mal mitzuerlegen. Ja, genau. Wir kennen uns ja alle untereinander. Und von daher, das läuft. Jeder will natürlich gewinnen, aber wir übertreiben es nicht dabei. Und wir wollen ja auch den Zuschauern letztendlich was bieten. Und ich denke mal, die Zuschauer kommen auch hier auf ihre Kosten, auch wenn wir ausgeschieden sind. Ja, aber es war wirklich ein super Spiel. Gerade gegen Leverkusen hat man nochmal gesehen, da war der Biss. Heute ist Budenzauber 2015, am 31. spielt der KFC jetzt gegen den FC Köln, die zweite Mannschaft. Wie hast du das noch im Blick? Bist du immer dabei und schaust dir das an? Oder wie ist dein Verhältnis zum KFC heutzutage? Nein, ich bin etwas distanziert, aber das ist normal. Dafür liegt unsere Zeit auch zu lange zurück. Ab und zu schaue ich mir mal ein Spiel an. Und ja gut, ich denke mal, oder man hofft natürlich, dass der KFC dann auch mal wieder einen Schritt nach oben macht, was aber sehr schwierig ist. Ja, aber sie sind auf einem guten Weg, denke ich. Sie sind auf einem guten Weg, nur die müssen halt auch, Geduld ist angesagt, das ist so. Man kann es nicht übertreiben, man kann auch nichts erzwingen im Fußball. Sondern Geduld ist angesagt und dann denke ich schon, dass über kurz oder lang, dass wir den KFC auch mal wieder höherklassig sehen. Und Friedhelm hat es gerade schon angesprochen, 2016 wird es hier wieder ein Budenzauber geben. Sehen wir dich auch bei den Legenden? Wir schauen mal, wie wir das nächste Jahr überstehen. Wir werden ja nicht jünger. Aber natürlich, wenn sich die Möglichkeit ergibt und wenn wir körperlich noch einigermaßen beieinander sind, kommen wir gerne wieder. Ich denke, die Zuschauer hatten Spaß, ihr habt alles gegeben. Alle haben euch gefeiert in diesem Sinne. Ja, das war schön. Dann noch einen schönen Abend. Alles klar, Ihnen auch. Bis dann. Ciao.